So, ich glaub, ich glaub, ich könnte mal wieder ein Video machen. Ach, wir sind ja schon drauf. Hallo, YouTube! Ja, ihr wartet bestimmt schon lange auf das Video von mir. Jetzt macht's ja draußen krach. Ich schneide hier nicht. Ja, hallo, YouTube! Ihr wartet. Also, nicht alle von YouTube, aber meine Abonnenten warten bestimmt schon lange auf Video. Ich hab's ja angekündigt, wo ich unterwegs war, dass ich bei mir wieder ein Video machen werde. Jetzt mach ich eins. Ich hab hier einen Grund gefunden, um ein Video zu machen. Ihr seht hier, ich steh hier hinter diesem, ja, wie soll man das nennen? Bar-Element. Ja, in der neuen Wohnung, mir zieh mal um, meine Freundin noch nicht. Ja, und daher steh ich jetzt einfach mal hier, in der neuen Wohnung ist noch nichts drin. noch nichts wirklich drin. Und dann einfach mal das Video, ne? So, was ist der Grund des Videos? Ich habe den Grund, ein so genanntes. Wie nennt man das heutzutage? Unboxing zu machen, ne? Unboxing, also ungeboxt, ja. Also, wenn man kein Boxer ist, ist man wahrscheinlich ungeboxt, also ich bin auch ungeboxt, ne? Unboxing. Das heißt, ich mache ein, oder Box heißt ja eigentlich Kiste, Kiste, ne? Kiste, ja, Unkistchen, äh, Kisteln, Unkisteln, ähm, ich denke auf Deutsch ungefähr auspacken, ne? Also, ja, der Grund dafür ist in dieser Tüte, ich hoffe mal, ich mache jetzt hier keine schlechte, aber nein, mach nicht, ähm, der Grund ist in dieser Tüte hier, ich will noch nicht so viel verraten, das Unboxing-Video mache ich dann in der anderen Wohnung, also in der noch, wo man noch drin wohnt, ja, da mache ich das Unboxing-Video, ah, der Grund dafür für das Video ist wirklich diese Tüte, ich glaube jeder von euch kann sich denken, was, von welchem Laden das ist, der Grund dafür ist wirklich diese Tüte. Unboxing, nicht Unboxing der Tüte, sondern Unboxing dessen, was in der Tüte da drin ist, natürlich, natürlich, ja, sprach, ja, ne? Das Unboxing betrifft das, was in der Tüte drin ist, also nicht die Tüte selbst, sondern das, was in der Tüte drin ist. Ein bisschen verschnufft bin ich noch, ich glaube mein Herz, ähm, auf jeden Fall. Das Unboxing-Video, ich will ein bisschen die Sparung machen, das Unboxing-Video werde ich, jetzt dieses Wochenende noch abdrehen und auch hochladen, also bis spätestens morgen Abend wird es drauf sein, dann seht ihr dann, was das Unboxing-Video, oder was ich dann unboxe, ne? Unboxen? Ja. Bis dahin könnt ihr gerne spekulieren, was, äh, ich da gerade auspacke, oder, oder was das drin sein könnte, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich kann euch nur die Tüte zeigen, ohne natürlich Werbung zu machen, ähm, ich glaube, jeder weiß, was, äh, da drin ist, äh, was verladen das ist, ne? Also die Größe von der, von der Packung hier ist ungefähr so. Also, vielleicht kann man auch schon vermuten, was da drin ist. Ich fände mich irgendwie an, wie Ranga Yogeshwar, aber gar keine Ahnung. Ähm, ja, Unboxing-Video kommt dieses Wochenende noch drauf, ich werde es nachher noch abdrehen, nicht hier, in einer anderen Wohnung. Ihr dürft gespannt sein, ihr dürft gerne unten, wenn ihr wollt, kommentieren, spekulieren, was es sein könnte. Vielleicht hat irgendjemand einen Tipp, irgendjemand richtig. Auch meine Abonnenten, meine mittlerweile acht Abonnenten. Schön, dass ihr mich abonniert habt. Ja, danke dafür. Und, ihr dürft gerne kommentieren, Daumen hoch, Daumen runter geben, wenn ihr wollt. Ihr dürft auch abonnieren, die, die mich noch nicht abonniert haben. Ja, und das Unboxing-Video, wie gesagt, kommt. Die Saisonende noch drauf. Spätestens morgen Abend. Und bis dahin, viel Spaß und Spannung, Spannung, Spiel und Spurade gibt es hier bei mir nicht, ne? Viel Spaß beim Überlegen, was da drin sein könnte. Boah, mehr fahrt ihr es. Bis dann. Jetzt mache ich aus. Die Kamera. Ja, ja, die Kamera. Aus. Ja.